Musik Musik Also es gibt die verschiedenen Bahnen, da kann man Wasserski fahren und Wakeboard und man kann auch Monoski oder Kneeboard fahren. Und ja, sonst kann man an den Strand baden gehen oder einfach abhängen. Und man kann auch anderen Sport außerhalb des Wassers machen, zum Beispiel wie Fußball spielen oder Volleyball spielen. Ich glaube einfach, dass Wakeboard oder Wasserski fahren generell, hier auf der großen Bahn vor allem, aber auch wenn man nach einer Bahnmiete so grillen kann. Das macht auch sehr viel Spaß. Ja, ich finde auch im Sommer ist es hier einfach ziemlich gemütlich und man hat hier quasi den Strand direkt vor der Haustür. Außerdem kann man sich auch Pommes holen oder Cocktails trinken. Ich denke, weil es einfach ein großer Punkt ist, wo viele Leute sich gerne treffen, weil man hier wie gesagt sehr viel machen kann. Skaten, Fußball spielen, Volleyball spielen, Wasserski fahren wie gesagt. Also ganz viel Zeug. Aber ich denke, ich bin jetzt ein ganzes Schmuck. Ich bin jetzt auf die Haustür. Ich bin jetzt auf der Haustür. Ich bin jetzt auf der Haustür. Ich bin jetzt auf der Haustür. Vielen Dank.